7 Meter, das WM-Spezial. Hallo zur Ausgabe nach dem ersten Spiel unseres DHB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Frankreich. Gestern sind die Bad Boys ins Turnier gestartet und das war ein Einstand nach Maas. Sieg gegen Ungarn und die ersten beiden Punkte auf dem Konto. Nach jedem deutschen Spiel werfen wir einen Blick auf den Spieler der Partie aus der DKB-Handball-Bundesliga. Spot on! Ein Bad Boy aus der DKB-Handball-Bundesliga überragte neben Kapitän Uwe Gensheimer, der 13 Buden machte, beim deutschen WM-Auftakt. Keeper Silvio Heinevetter stand von Beginn an wie eine Mauer im Tor. Die ungarischen Angriffsversuche prallten reihenweise an Super Silvio ab. Zur Halbzeit hatte Heinevetter elf Paraden und eine Quote von fast 50 Prozent. Weltklasse. In Hälfte zwei war es auch dem Berliner Torhüter zu verdanken, dass Ungarn immer in Rückstand lag. In der DKB-Handball-Bundesliga ist Heinevetter seit Jahren ein sicherer Rückhalt. 2005 kam der damals 21-Jährige zum SC Magdeburg und etablierte sich dort als Stammtorwart. Nach vier Jahren beim SCM ging es in die Hauptstadt. Bei den Füchsen Berlin ist er bis heute einer der Leistungsträger und häufig auch Erfolgsgarant. Seine Stärke, die unkonventionellen Paradetechniken. Seit 2006 steht Silvio Heinevetter auch für die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Sein Highlight im DHB-Trikot ist bislang Olympia Bronze. Bei solch einer Gala-Form wie gegen Ungarn wird es womöglich bald Gold. Morgen geht es direkt weiter für unsere Bad Boys. Um 14.45 Uhr heißt der zweite Gruppengegner Chile. Zu sehen gibt es die Partie auf handball.dkb.de und wer noch mehr Infos sucht, der sollte unbedingt auf der Homepage der DKB-Handball-Bundesliga vorbeischauen. Dort findet ihr Spielberichte, Videos und Fotos und verpasst auf jeden Fall nichts. Das nächste WM-Spezial gibt es am Montag. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin macht's gut. Bis dahin macht's gut.